und der nächste 2000 dollar trade die nächste rolex kann kommen so schnell geht es an der börse und so einfach ist es im prinzip spaß beiseite das sind natürlich genau die sachen die sie im internet sehr häufig sehen und die im prinzip nicht funktionieren wir wissen alle dass es harte arbeit ist und da auch viel zeit notwendig ist wir dachten wir machen uns einfach mal einen kleinen spaß und zeigen ihnen mal wie es nicht funktioniert oder auch welche sachen sie eigentlich nicht reinfallen sollten es ist wirklich wie eine richtige arbeit wie eine richtige beschäftigung und deswegen ist es wichtig hier auch die seriösen leute sage ich mal irgendwo ein stück weit zu unterstützen und sich von den anderen abzuheben und deswegen glaube ich achten sie drauf wer ihnen publiziert fünf minuten arbeit am tag und sie sind in einem monat millionär oder ähnliche sachen was wir alles schon gesehen haben das funktioniert leider nicht auch wenn sich viele wünschen und ich glaube auch wenn es der grund ist wieso es da so viele follower gibt oder so viele die das dann mitverfolgen es ist gerade am anfang später kann es dann schon sein dass man da größere summen rausholt aber es ist dann prozentual zu sehen in das investment gerade am anfang muss man darauf achten dass man halt die volatilität rausnimmt und dann eher mit kleineren so mit kleinerem risiko arbeitet und am ende ist es immer ein spiel von chance und risiko das heißt wer natürlich viel riskiert kann auch höhere gewinne erzielen und deswegen ist es gerade am anfang ganz wichtig darauf zu achten das risiko zu minimieren vielen dank